Werfen wir in diesem Video einen Blick auf die Ägyptologie, und zwar speziell auf den Bau der großen Pyramiden von Gizeh. Wichtig! Darüber, dass ein solches Szenario logistisch gesehen absolut undurchführbar ist, braucht man bei gesundem Menschenverstand eigentlich nicht zu diskutieren. Bei gemeißelten Steinen würde man klare, rechteckige Strukturen erwarten. Ja, ja, ja. Eine ähnliche Technik lag auch dem Bau der Pyramiden zugrunde, wie der französische Chemiker Prof. Josef Davidovitz bereits 1974 zum ersten Mal behauptete. Krass! Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, euch geht's gut, meine lieben Freunde. Ich muss sagen, ich bin leider ein bisschen erkältet, man sieht's mir eventuell auch an. Bisschen down so, bisschen, aber nur bisschen. Nichtsdestotrotz habe ich mich nicht lumpen lassen und bin natürlich trotzdem live. Hol mir Liebe ab, verbreite Liebe und verbreite guten Content. Das lassen wir uns nicht nehmen, ja, auch von einer kleinen Erkältung nicht. Und deswegen gehen wir jetzt rein ins erste Video, was heißt gegossene Pyramiden. Ja, wir gehen wieder mies in die Pyramiden-Recherche rein an der Stelle. Schöne Grüße gehen raus an die ganze YouTube-Community. Lass gerne einen Daumen nach oben da, schreib ein Kommentarchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein langer. Rein an den Mann, Alter, gib mir die Reini-Vibes, Bro. Die Kosmologie ist beileibe nicht die einzige Disziplin, in der lächerlichste, abstruse Theorien als höchstes Wissenschaftsgut präsentiert werden. Dieser Zustand ist eben keine Ausnahme, sondern leider die Regel. Werfen wir in diesem Video einen Blick auf die Ägyptologie, und zwar speziell auf den Bau der großen Pyramiden von Gizeh. Wichtig. Obgleich das Rätsel darum, wie diese Pyramiden erbaut wurden, bereits seit 40 Jahren gelüftet ist, nehmen die Experten der Ägyptologie davon keine Notiz. Seit 40 Jahren gelüftet ist, Bro. What the fuck? Der Bruder hat's schon raus, oder was? Wozu ziehen wir uns denn die ganzen Theorien rein hier an der Stelle? Gefallen sich lieber weiterhin darin, eine Aura des Mysteriösen aufrecht zu erhalten, um der geblendeten Öffentlichkeit mit tollen Märchen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Befragt man diese sogenannten Experten danach, wie die großen Pyramiden von Gizeh erbaut wurden, wird man höchstwahrscheinlich eine atemberaubende Geschichte von zigtausenden Arbeitern zu hören bekommen, die Millionen von riesigen Steinblöcken erst aus einem weit entfernten Steinbruch schlugen, dann perfekt bearbeiteten, dann kilometerweit durch den Wüstensand oder über den Nil transportierten und schließlich eine riesige Rampe hinauf hievten. Ja, das ist, das ist, das glaube ich auch nicht, Bro. Nachzulesen ist diese fabelhafte Mär unter anderem in der Mainstream-Meinungs-Enzyklopädie Wikipedia. Mhm, Mainstream-Meinungs-Enzyklopädie. Gute alte Wikipedia, wa? Wikipedia hat gesagt, also, muss richtig sein. Aus Kupfer, Stein und Holz und waren nicht sehr kompliziert. Die Kupfergeräte wie Meißel, Sägen und Äxte mussten ständig nachgehärtet werden, was sehr teuer und zeitaufwendig war. Das Land Ägypten weist zwar zahlreiche Steinvorkommen auf, doch umso kerklicher sieht es hier mit den Holzressourcen aus, denn das typische Dattelpalmen, Akazien, Dumpelpalmen und Tamariskenholz ist für so große Baumaßnahmen wie die der Pyramiden nicht geeignet. Funde aus Gräbern der ersten Dynastie belegen, dass Nadelhölzer aus dem syrisch-palästinensischen Raum importiert wurden, hauptsächlich zur Herstellung von Schlitten, Rollen, Hebeln und Hämmern. Zwar war den frühen Ägyptern auch schon das Rad bekannt, doch wurde es beim Bau nicht eingesetzt. Für den Bau selber wurden die riesigen Steinblöcke auf hölzerne Rollen geschafft und mit Hilfe von Seilen aus Palmfasern, Gräsern, Papyrus und Flax auf die riesen Baurampen von Muskelkraft gezogen. Um die Steine bequem an die Pyramiden zu liefern, die müssen alle so einen fetten Bizepsumfang gehabt haben wie ich, wa? Er ist in Kanäle zum Nil angelegt. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot berichtet, »Kheops, der böse Pharao, zwang alle Untertanen beim Pyramidenbau zu helfen. Es arbeiteten je 10 Mal 10.000 Mann drei Monate hindurch und das 20 lange Jahre. Demnach im Frohendienst nahe der Sklaverei. Darüber, dass ein solches Szenario logistisch gesehen absolut undurchführbar ist, braucht man bei gesundem Menschenverstand eigentlich nicht zu diskutieren. Ein paar Zahlen machen die Weltferne, die dieses Szenario bereithält, deutlich. Okay, geil. Miese Recherche, Freunde. Ich bin gespannt. Die Cheops-Pyramide besitzt ein Volumen von etwa 2,7 Millionen Kubikmetern und soll in einem Zeitraum von 20 bis 25 Jahren errichtet worden sein. Hieraus lässt sich errechnen, dass es eines täglichen Rhythmus von 300 bis 400 Blöcken mit einem durchschnittlichen Volumen von einem Kubikmeter bedurft hätte. Das ist ein Block alle zwei Minuten, der an seinen Bestimmungsort geschafft wurde. Ein Block alle zwei Minuten? Ne, ist klar. Wie viele haben diese Blöcke gewiegt? Gewiegt? Entschuldigt mich, ich bin ein bisschen off wegen der Erkältung. Aber wie viele haben die Blöcke gewogen? On, wa? Zwei Minuten? Echt, ja? Also... Come on. Um diese wahnsinnige Kadenz aufrechterhalten zu können, müsste jede einzelne der sechs Seiten der Blöcke in 20 Sekunden fertiggestellt werden und das mit Stein- oder Kupferwerkzeugen. Des Weiteren müsste... Jeder Block innerhalb von drei Sekunden um einen Meter in die Höhe gehievt worden sein. All diese implizit unterstellten Leistungen sind vollkommen unmöglich. Geht nicht. Diese Rechenspiele sind gut und schön, aber im Grunde reichen schon zwei Fotos aus, um die Theorie von den gemeißelten Pyramidenblöcken zu zerstören. Hier sehen wir einige der typischen, ineinander verschachtelten Steine der Cheops-Pyramide. Beachten Sie, wie sich der mittlere Stein perfekt an die unregelmäßige Rundung des linken Steins anfügt. Etwas derartiges zu meißeln, ist beinahe unmöglich und würde jeden Zeitrahmen springen. Ja, weil du musst es ja dann wirklich immer, weil, ja, das ist ja nicht komplett perfekt gerade alles gemeißelt, sondern da siehst du ja, da sind so Zwischensteine und die haben eine ganz andere Form und dafür brauchst du auch wieder extrem viel Zeit. Bei gemeißelten Steinen würde man klare, rechteckige Strukturen erwarten. Ja, ja, ja. Das nächste Foto macht die Sache noch deutlicher. Hier sehen wir ebenfalls Steine der Cheops-Pyramide. Man erkennt deutlich, dass die Aussparung im unteren Stein genau vom oberen Stein ausgefüllt wird. Es ist vollkommen unmöglich, so etwas zu meißeln. Es sieht eher danach aus, als sei der obere Stein in das Loch hineingeflossen. Das stimmt, Digga, es sieht aus, als ob es drin geflossen ist. Und genau das ist auch passiert. Die Steine der Pyramiden sind alles andere als gerade. Sie haben organische Formen und passen häufig haargenau ineinander. So etwas kann nicht gemeißelt und nachträglich aneinandergefügt werden. Es scheint keinen Experten zu wundern, dass die Mehrzahl der Blöcke sehr unregelmäßige Formen hat, aber diese dann perfekt ineinander greifen. Wer wäre so bescheuert, nicht möglichst gerade Blöcke zu meißeln, sondern wilde Formen zu wählen und diese auf mühsamste und eigentlich unmögliche Weise an benachbarte, ebenfalls unregelmäßige Blöcke anzupassen? True. Nein, ein einziger genauer Blick auf die ineinander verschachtelten Steine reicht vollkommen aus, um alle Theorien, die in irgendeiner Weise von gemeißelten oder sonst wie bearbeiteten, natürlichen Blöcken sprechen, zu zerstören. Die Steine der großen Pyramiden wurden nicht gemeißelt und dann aufwendig transportiert und irgendwie in die Höhe gehievt. Glücklicherweise gibt es seit langem eine Theorie, die eben nicht von natürlichen Blöcken ausgeht. Diese Theorie gibt es seit 40 Jahren, Bro. Ich glaube, wir haben von diesen gegossenen Pyramiden noch nie was gehört, ne? Freunde. Also Antigravitationstheorie haben wir schon gehört. Ähm. Was war noch? Das ist eigentlich so das meistverbreitetste, oder? Okay, aber so viel zum Bau der Pyramide haben wir uns noch gar nicht reingezogen, sondern eher zur Funktion der Pyramide, ne? Sondern vielmehr von künstlich hergestellten Blöcken. Wir stellen heute Fundamente, Böden und Wände, zum Beispiel aus Beton her, nicht indem wir vorgefertigte Betonklötze meißeln, sondern indem wir flüssigen Beton in dafür vorgesehene Mulden füllen und aushärten lassen. Das ist eine vergleichsweise schnelle und unkomplizierte Technik, um große Betonlandschaften zu erschaffen. Eine ähnliche Technik lag auch dem Bau der Pyramiden zugrunde, wie der französische Chemiker Professor Josef Davidovitz bereits 1974 zum ersten Mal behauptete und dann einige Jahre später in seinem Buch They Build the Pyramids ausbreitete. Krass. 70er Jahre, wa? September 2002 machte sich das französische Geopolymer-Institut unter Anleitung von Professor Davidovitz daran, massive Imitationen von Pyramidenblöcken herzustellen. Der verwendete französische Kalkstein, bestehend aus fossilen Kleintierschalen, hat große Ähnlichkeit mit dem ägyptischen Kalkstein des Gizeh-Plateaus. Beide sind so locker, dass sie nicht zerstoßen werden müssen. Hintergrundmusik fühle ich, meine lieben Freunde. ...werden müssen. Top gemacht eben bei 7-7. Zeichne den, man. ...ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir später noch einmal zurückkommen werden. Was den französischen... Der BS King sagt gerade, ich glaube, da war safe Magie im... ...stande. Unmöglich sowas. Da war safe Magie imstande. Involviert meinst du, war? ...Kobrexi, Bro, ich küsse dein Herz, Digga, Stufe 1. Schon zwei Monate am Start. Law Falls of the Realness, danke für deinen Support. Gang. ...Kalkstein jedoch vom ägyptischen unterscheidet, ist das fehlende Kaolin in seiner Zusammensetzung. Hier ist eine Liste der benötigten Zutaten zur Herstellung von Pyramidenbürgen. Tony sagt gerade, es gibt übrigens keine hundertprozentigen Beweise dafür, dass die Pyramide wirklich von den Ägyptern in der Zeit gebaut wurde. Es besteht die Möglichkeit, dass sie einfach übernommen wurde. Ja, also bei der Swings ist man sich ja auch fast sicher, dass sie nicht vor 4.000 Jahren, sondern vor 10.000 Jahren oder mehr als 10.000 Jahren gebaut wurde. Haben wir uns auch eine Doku drüber reingezogen und dass die dann quasi übernommen wurde. Ja. Ja. I know what you mean, Bro. ...wurden Natron und Calciumoxid in 500 Litern Wasser aufgelöst. Daraufhin wurde das Kaolin, welches im Kalkstein des Giese-Plateaus natürlicherweise vorkommt, beigemischt. Schließlich wurde eine Tonne lockerer und zerstoßener französischer Kalkstein zubefügt. In den nächsten Tagen verdunstete ein Großteil des Wassers und eine Mischung aus 95% Kalkstein und 5% Bindemittel blieb übrig. Das noch feuchte Material besaß eine ähnliche Konsistenz wie nasser Sand. Die gesamte Arbeit wurde von Hand oder unter Zuhilfenahme primitiver Werkzeuge verrichtet. Das noch feuchte Kalkstein-Gemisch wurde in einem letzten Arbeitsschritt in wiederverwendbare Holzummantelungen gefüllt und mit einer Ramme kompaktiert. Bei hohen Außentemperaturen, wie sie in der Wüste Ägyptens herrschen, trocknet ein solch einfach hergestellter massiver Block innerhalb kurzer Zeit aus. Nach nur vier Stunden im kühleren französischen Klima konnten die Holzummantelungen bereits entfernt und für weitere Blöcke verwendet werden. Krass, Digga! Die entstandenen synthetischen Kalksteinblöcke sehen genau wie natürliche aus. Blöcke, die aus feuchtem Kalkstein hergestellt wurden, zeigten glatte Oberflächen, während Blöcke aus trockenerem Kalkstein grobe Oberflächen ausbildeten. Dazu Professor Davidovitz. Schon wild, ne? Wenn du auf die Stürme der Pyramiden schaust, das ist das, was du siehst. Du siehst entweder schlauere Blöcke oder sehr kruise Blöcke. Die Verbindungen zwischen den Blöcken sind perfekt. Eine Tatsache, die bei den Pyramiden von Gizeh immer als ungeklärte Meisterleistung gilt. Eine offensichtliche Frage, die sich auftut, ist folgende. Können die künstlichen Blöcke nicht leicht von natürlichen Steinen unterschieden werden? Die Antwort gibt Professor Davidovitz selbst. Sie sehen in der Literatur, die mit der Kontraditionen von meiner Theorie, und Sie sehen in severalen Papers geschriebenen auf der Internet, dass es sehr einfach zu schauen, zu schauen, und zu erkennen, ob es ein natürlicher oder ein artificialer ist. Das ist falsch. Das ist nicht der Fall für die Geopalymerik-Limestone, und es ist nicht der Fall für die Ägypten-Limestone-Blocks, die durch die Pyramiden erstellt. MyCriticBinder Es wurde auch nachgewiesen, dass die Steine, die sie geschnitten haben, genau zusammenpassen. Doch wie? Ein Sägeblatt hat eine gewisse Stärke und so fehlt immer dieser Teil. Wenn ich was abschneide, muss ich immer die Stärke des Sägeblattes mit einrechnen bzw. dazugeben. Ja, also ich sag mal so, mit der Anpassungsfähigkeit, wie man es ja auch gesehen hat, wie die Bilder vorher eingeblendet wurden, dass da echt so Unregelmäßigkeiten und so sind und auch unten die Kante und so, dass es so ineinander geht. Da finde ich so diese Theorie, von wegen, dass das gegossen ist und so wie er es eben erklärt hat, finde ich schon sehr, wie soll ich sagen, kann man sich vorstellen, oder Freunde? Das sind die Kante, die mit dem MischriticBinder, die Geologisch-Glue, und wenn man nicht sieht, das geologische Gleue, sehr genau, dass man etwas sieht. Und wir haben diese re-agglomerate Limestone gemacht, die in 2002 zwei verschiedenen geologischen Renown-Laboratorien in Frankreich. Der erste war das Bureau de Recherche Geologie. Das ist das Bureau de Recherche Geologie, Norman. Das ist das französische Geologie. Und was haltet ihr von dieser Theorie, die er hier aufstellt, mit der gegossenen Geschichte? Wie steht ihr dazu, meine lieben Freunde? Gebt mal Feedback im Chat. Und der zweite war, am Museum of Natural History in Paris, in der Geologie-Departement. Wir gaben zwei Samples von Limestone, die wir re-agglomerate in unserem Laboratorium in der Geopolymer Institute in St. Quentin, France. Und wir sagten ihnen, guck, wir haben diesen typen Limestone gefunden, die für uns seien strange für uns. Können Sie uns erzählen, was es wirklich über diese Steine ist? Ähm, Klaus sagt gerade, ja, kann man sich vorstellen, finde die Theorie auch sehr interessant und kenne die schon lange. Muss aber ehrlich sagen, vielleicht haben die es auch anders gemacht. Hat mal ein paar starke Argumente dagegen gehört. Die würde ich jetzt gerne hören, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das wäre jetzt geil. Also ich hätte gerne nochmal so ein paar Argumente jetzt, die ich dagegen stelle, weil mir persönlich jetzt gerade gar nichts einfällt, wo ich sage, so. Warum das nicht sein könnte, dass das gegossen ist, weißt du? They wrote a report, and this is what they got. This is the thin section of what we gave them. Obviously, you see the big numelet. Then other natural artifacts like the quartz. Quartz. We gotta hear my little one, eh? The achinate, and in between, the mycritic binder. The mycritic binder is a binder that it means of very small particles of calcite. And they claim that this was the thin section of the natural numelitic limestone. This piece of artifact was made in our lab and had up to 10% by weight of modern geopolymer. They could not detect it under the optical microscope. The binder that we used to re-agglomerate the stone had been coined, claimed to be natural mycritic binder. So if I don't say, if I don't tell, that the piece of limestone has been made in our laboratory, Geologists and Myriologists will claim, will state that it is a natural stone and this is also the case for... Also, der kann mit dieser Technik quasi Steine herstellen, wo Geologen sagen würden, am Ende, das sind natürliche Steine und nicht gegossene Steine. Das hat er jetzt gerade, ähm, ausführlich erklärt. Samples, that we got from the Egyptian monuments. Wenn man nicht weiß, wonach man sucht, müssen die künstlichen Geopolymere wie natürliche werden, da der Kalkstein vor seiner Reagglomeration nicht... Es gibt halt immer noch so paar Mysterien, die jetzt nicht unbedingt mit dem Bau zu tun haben, sondern mit der Funktionsweise, weißt du, wie ich meine, auch. Und, äh, ja, ich finde es eine spannende Theorie, äh, kann man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, ist interessant. Aber, äh, ja, es ist halt immer auch noch eine Theorie, sondern es gibt mehrere Theorien, bewiesen ist es halt nicht, Digga. Und diese ganz ursprüngliche Mainstream-Meinung, dass das da mit diesen Rampen gebaut wurde und so, das hört sich einfach nicht realistisch für mich an. Also, da hört sich das für mich auf jeden Fall deutlich realistischer an. Aber es kommen halt auch immer noch Sachen, so wie die Funktionsweise zum Beispiel und wo genau die Pyramiden gebaut wurden und wie die aufeinander ausgerichtet sind und unter welchen Sternenbildern etc. und so. Das ist schon sehr mysteriös immer noch. ...stoßen wird, sind auch die Schalen intakt und weisen keinerlei künstliche Spuren auf. Nur wenn man sich auskennt, kann man einen Unterschied entdecken. Davidovitz untersuchte Originalproben von ägyptischen Blöcken und fand eben diese Unterschiede, die auf den künstlichen Charakter der Blöcke hinweisen. Hier haben wir eine Probe der Pyramidenblöcke von Gizeh. Wir sehen Luftblasen, typisch für schlecht kompaktierte, künstliche Blöcke. Außerdem finden wir organische Fasern, die in einem angeblich 60 Millionen Jahre alten Kalksteinblock nicht vorhanden sein dürften. Aha. Das ist crazy. Das ist die Frage. Wir können es jetzt auch nicht verifizieren, ob das Bild zum Beispiel, ob das echt ist, weißt du, ob das wirklich ein Stein von den Pyramiden ist, der dann da unter Stings gelegt wurde. Und was machen wir das? Röntgen oder was? Den deutlichsten Beweis für die künstliche Herstellung dieses Steins sehen wir aber hier. Diese dünne äußere Schicht ist ein Überbleibschel des Verdunstungsprozesses, also der Trocknung der zuvor feuchten Blöcke. Einen weiteren sehr deutlichen Beweis, dass die Blöcke künstlich in wiederverwendbaren Holzumrahmungen geformt wurden, liefert dieses Bild eines Bodenblocks der Cheops-Pyramide. Man erkennt eine deutliche Lippe im unteren Bereich des Steins. Es wäre sehr schwierig und völlig sinnlos, eine solche Lippe zu meißeln. Aber wenn die Holzumrahmung nicht fest am Untergrund angebracht war, könnte ein Teil des feuchten Materials ausgelaufen sein und eben eine solche Lippe geformt haben. Tatsächlich gibt es sogar altägyptische Darstellungen der Herstellung künstlicher Blöcke. Hier sehen wir... Teilweise sogar, und da lehne ich mich aus dem Fenster, dann ist es mir auch egal, da lehne ich mich gerne aus dem Fenster, ein bisschen frische Luft an der Stelle. Hatten die sogar Wissen, was dem Wissen, unser Wissen übersteigt. Sonst könnten wir das viel einfacher erklären, wie das gemacht wurde. Weißt du? Solche aus dem Grab des Visiers Rechmiere. Vor allen Dingen auch spirituell und die Verbindung mit dem Universum, mit dem göttlichen und mit den übermenschlichen Geschichten, so, waren die glaube ich sehr viel weiter als wir. Ich meine, du musst es auch so sehen, du musst darüber sehen, wie die Menschen damals gelebt haben und wie wir heute leben. Seit wie viel Generationen wir schon beeinflusst sind von diesen ganzen Dingen, die uns eigentlich davon abhalten, bewusst zu sein, so, weißt du? Unterhaltung ist irgendwann gekommen, so. Erstmal die ganzen Kriege und diese ganze Scheiße, dann kam irgendwann das Thema Unterhaltung, Fernsehen, Programmierung, Handys. Alles, was dich davon abhält, dich mit dem wahren Menschsein zu connecten und dich mit Dingen zu beschäftigen, die wichtiger sind, so. Also es gibt so viele Tools und es werden immer mehr Tools geschaffen, damit wir nicht uns mit den wirklich wichtigen Sachen auseinandersetzen. ...primitiven Geopolymerverfahren gegossen wurden. Das Erkennen dieser simplen, nachvollziehbaren Technik zerstört die populären Altertumsmärchen, die von den Experten so gerne erzählt werden. Aber da man mit Märchen viel einfacher, viel mehr Geld und Ansehen erhaschen kann, sind die Reaktionen der Fachwelt auf die einzig realistische Theorie des Pyramidenbaus beispielhaft an der des Leiters der ägyptischen Altertümerverwaltung Er ist sowieso das Mafia, Bro. ...ja was, darzustellen. Ihm war die Theorie schon 20 Jahre lang bekannt, als er sie 2006 im österreichischen Standard weiterhin als vollkommen idiotisch abtat. Der Bruder, der hat doch Leute auch ausgewiesen und so, die geforschen wollten und die Dinge rausfinden wollten und so. Die kämpfen da hart gegen, dass Theorien über die Pyramiden aufgestellt werden. Vor allen Dingen realistische Theorien so. Also hört sich für mich schon relativ realistisch an, was er da erzählt hat. Müsste man jetzt nochmal tiefer in die Recherche reingehen und gucken, ob es irgendwelche Leute gibt, die Argumente dagegen haben. Aber ja, hört sich für mich definitiv realistischer an, als das mit dieser Rampe. Der gesamte Schar der Ägyptologen sieht das ähnlich. Wir haben es hier einmal mehr mit einem sakrosanken Wahn zu tun, der die sogenannten Fachleute in seinem Bann hält. Nachdem die Art und Weise, wie die Pyramiden errichtet wurden, geklärt ist, wäre es eine interessante Fragestellung, wann diese Monumente denn wirklich errichtet wurden. Dieser Frage wird in einem zukünftigen Video nachgegangen werden.